Psychiater? Brauch ich sowas? Das ist nur ein Teil der Routine hier. Was werden wir denn machen? Sprechen wir über mein Sex-Life? Oh nein! Ich zeige Ihnen ein paar Dias und Sie werden mir dann sagen, was Sie darüber denken. Alright? Jolly good! Oh. Also dann, bei jedem dieser Dias ist nach einer Antwort von einer der Personen im Bild gefragt. Und Sie sagen mir, was Sie meinen, dass die Person sagen soll. Alright? Righty, right! Sind die Pfauenfedern nicht wundervoll? Und ich soll jetzt sagen, was der andere sagt? Ja. Pfauenfedern, wundervoll. Aber denken Sie darüber nach. Sagen Sie einfach, was Ihnen einfällt. Schlüpfer! Rothol! Sag dir nicht mal Piep! Gut. Der Junge, mit dem du dich immer gestritten hast, ist sehr krank. Mir fällt nichts mehr ein. Äh, ich hau dir eins in die Fresse. In die Jablokos. Gut. Was wollen Sie denn? Keine Zeit zum alten Rein-Rausspielchen. Ich muss nur pinkeln gehen. Gut. Sie haben mir eine miese Uhr verkauft und ich will mein Geld zurück. Weißt du, was du damit machen kannst? Steck sie dir in den Arsch! Gut. Du kannst damit machen, was du willst. Äh, Aggie wächst. Ich würde sie... ... zerschmeißen. ... und die ganze verdammte Scheiße... ... oh... ... nun, das wär's auch schon. Wir sind fertig. Ist alles okay? Ich hoffe schon. Das war also alles? Ja. Oh, war lustig, ja. Gut, das freut mich. Wie viele waren denn richtig? Oh, das war ja nicht so eine Art Test. Aber sie scheinen bald wieder komplett hergestellt zu sein. ... ...